Ich begrüße euch zu diesem Unboxing. Heute habe ich für euch Naruto Shippuden, die komplette Staffel 13 in der DVD-Version. Das Ganze wird natürlich erstmal für euch ausgepackt. Hier nochmal von vorne. Im Regal sieht die gute Box dann so aus. Hier oben ist nochmal der Schriftzug. Und so sieht sie dann von hinten aus. Die Episoden 496 bis 509. Als extra Settings, Storyboard, Trailer und eine Bildergalerie. 310 Minuten Laufzeit und auch wieder mit Untertitel. Wir haben 3 Disks. Die hole ich jetzt auch erstmal raus. Wir fangen dann einfach mal mit der hier an. Mit Disk 1. mit Sasuke, Anchein Madara und noch Kabuto. Hier sind drauf Episoden 276 bis 280. Hier löst sich schon was. Das merke ich. Die Werbung hat sich gelöst. Das ist wie immer die typische KSM-Werbung. und hier haben wir noch die Scheibe. Falls ihr euch für die Box interessiert und sie euch auch kaufen wollt, packe ich euch den Link in die Infobox. Hier geht es weiter mit Disk 2. Mit den Folgen 281 bis 285. Und wieder die Scheibe. hier haben wir dieses Mal nichts. Und noch die letzte Disc. Hier haben wir hier. Die Episoden 286 bis 289. Und noch die Extras. Und zu guter Letzt noch die letzte Scheibe. So. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Unboxing. Dramatischen Musik Musik